Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem Rückenkurs. Ich bin Petra und ich lade euch ganz herzlich ein, die nächsten 30 bis 40 Minuten mit mir was für euren Rücken zu tun. Ihr braucht nicht mehr als eine Matte oder ein Handtuch. Schuhe könnt ihr erstmal anhaben oder auch nicht. Ganz egal und dann kann es schon losgehen. Okay, also wir legen los. Atme tief ein und wieder ausatmen. Tief ein und aus. Einatmen. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und letztes Mal. Lasst die Hände oben und streckt euch nach oben. Einmal rechts und einmal links. Zieht euch in die Länge. Kommt auf die Zehenspitzen hoch dazu. Macht euch ganz groß. rechts und links im Wechsel. Noch vier. Noch drei. Zwei. Und lösen. Nehmt die Arme nach vorne. Zieht eure Schulterblätter auseinander. Becken kippt nach vorne. Becken kippt nach vorne. Und dann kommt in die Gegenbewegung. Zieht die Schulterblätter zusammen. Arme nach hinten. Po nach hinten raus. Tief ein und ausatmen. Und nochmal nach vorne. Ich zeige es von der Seite. Becken. Schulterblätter weit auseinander ziehen. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Und richtet euch wieder auf. Schulterblätter fest zusammen. Ein letztes Mal. Macht euch rund nach vorne. Und wieder aufrichten. Okay, wir lösen. Kreis die Schultern nach hinten. Große Bewegung. Nehmt dann die Ellbogen mit. Und dann noch lange Arme. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Letztes Mal lösen. Okay. Nehmt die Arme zur Seite. Wir drehen einmal die Daumen nach hinten. Richten uns groß auf. Und nehmen dann die Daumen nach vorne. Einatmen. Daumen nach hinten. Brustbein aufrecht. Und nach vorne wieder eindrehen. Atme tief ein. Einatmen. Und ausatmen. Und ausatmen. Nehmt den Kopf mit. Kinn zur Brust. Ausatmen. Und wieder einatmen. Aufrichten. Ausatmen. Und wieder einatmen. Nehmt die Halswirbelsäule mit. Wirbel für Wirbel. Und wieder einatmen. Machen wir uns immer mehr rund. Nehmt langsam die Brustwirbelsäule mit. Dazwischen immer wieder groß machen. Aufrichten. Einatmen. Ausatmen. Und ausatmen. Macht euch rund. Noch vier. Noch drei. Wir werden immer runder. Noch zwei. Und letztes Mal. Dann ist unser Rücken ganz gerundet. Nehmt die Arme zum Boden. Rücken. Und lasst euch locker aushängen nach unten. Beine sind gestreckt. Runde Rücken. Und dann rollt euch langsam Wirbel für Wirbel wieder nach oben. Okay. Wir zeigen uns zur Seite. Wir kommen nach rechts. Unser linker Arm zieht nach rechts. Mit der Ausatmung komm tief. 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 Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Wechseln. Ein Bl Alexandra Tief. Letztes Mal. Wechselt die Seite nach links. Zielt euch auch hier mit dem rechten Arm in die Länge. Mit der Ausatmung. Noch vier, noch drei, noch zwei, letztes Mal. Wechsel nochmal die Seite. Vier, drei, zwei, letztes Mal. Wechsel. Wechsel. Auch hier noch vier, noch drei, noch zwei, letztes Mal und lösen. Okay, kommt in eine kleine Schrittstellung. Rechtes Bein ist vorne. Überkreuzt die Arme vor eurer Brust und wir drehen uns mit dem Oberkörper zum vorderen Bein nach rechts. Kommt zurück zur Mitte und wieder nach rechts drehen. Atmet aus in die Drehung. Einatmen, macht euch wieder groß. Ausatmen und wieder einatmen. Die Hüfte bleibt nach vorne ausgerichtet stehen. Dreht nur die Brustwirbelsäule. In Bewegung die letzten vier, noch drei, noch zwei. Letztes Mal. Bleibt hier in der Drehung. Nehmt eure rechte Hand an den Po, linke Hand bleibt. Und atmet hier tief ein und aus. Bleibt in der maximalen Drehung. Schultern bleiben tief, Hüfte nach vorne ausgerichtet. Lass den Atem fließen. Versucht mit jeder Ausatmung, ein kleines Stückchen weiter in die Drehung zu kommen. Noch zwei tiefe Atemzüge. Und wir lösen. Wechseln das Bein. Linkes Bein nach vorne. Wieder diese kleine Schrittstellung. Verkreuzt eure Arme wieder vor der Brust. Und wir drehen uns zum vorderen Bein nach links. Atmet aus in die Drehung. Einatmen zur Mitte. Beckenboden ist angespannt. Euer Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Damit ihr die Balance halten könnt. Schultern bleiben tief. So, noch zweimal in Bewegung. Letztes Mal bleibt hier auf der Seite. Linke Hand geht an den Po. Und wir lassen hier weiter den Atem fließen. Versucht wieder mit jeder Ausatmung, Millimeterchen weiter in die Drehung zu kommen. Schultern bleiben tief. Brustbein aufrecht. Wir halten auch hier noch zwei tiefe Atemzüge. Okay, und kommt zurück zur Mitte. Lockert euch ein bisschen aus. So, wir kommen auf unser rechtes Standbein mit dem Gewicht. Lasst euren linken Fuß erstmal hinten mit der Fußspitze am Boden. Standbein ist gebeugt. Wir nehmen die Arme in die U-Halte und ziehen dann die Schulterblätter fest zusammen. Wieder tief. Schulterblätter zusammenziehen. Atmet aus. Nach hinten. Einatmen. Wieder nach vorne. Arbeitet mit ganz viel Spannung und Kraft ohne Schwung. Für die Fortgeschrittenen. Nehmt das Bein hinten vom Boden weg. Versucht, so weit wie möglich in die Standwaage zu kommen. Euer Blick ist vor euch auf die Matte gerichtet. Schulterblätter ziehen fest zusammen. Nehmt die Arme so hoch wie möglich. Standbein bleibt gebeugt. Po ist fest angespannt. Und Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Die letzten vier. Noch drei. Noch zwei. Und letztes Mal. Okay, sehr gut. Wechselt das Bein. Wir kommen auf die andere Seite. linkes Bein, Standbein. Startet wieder, indem ihr die rechte Fußspitze noch auf dem Boden habt. Gleiche Bewegung mit den Armen. Wir ziehen die Schulterblätter fest zusammen. Ausatmen. Arme nach hinten. Einatmen. Wieder nach vorne. Mit Spannung. Okay, wer möchte, nimmt wieder das hintere Bein vom Boden weg. Kommt in die Standwaage. Ausatmen. Wieder einatmen. Standbein bleibt gebeugt. Rumpfspannung, damit ihr das Gleichgewicht nicht verliert. Okay, auch hier die letzten. Und letztes Mal. Vier. Noch drei. Noch zwei. Und letztes Mal. Sehr gut. Und lösen. Okay, eine letzte Übung im Stehen. Setzt euch etwas nach hinten ab. Die Knie bleiben hinter den Fußspitzen. Nehmt die Arme nach vorne in Verlängerung zum Rücken. Und wir ziehen die Ellbogen zum Rippenbogen. Wieder strecken und ranziehen. Atmet aus, wenn ihr ranzieht. Einatmen, Arme wieder strecken. Euer Rücken ist ganz gerade. Schiebt den Po hinten raus. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Kontrollierte Bewegung mit Kraft. Ranziehen. Und ranziehen. Die letzten. Vier. Noch drei. Noch zwei. Und letztes Mal. Okay, lösen. Kommt noch einmal rund nach unten. Lasst euch locker aushängen. Und dann kommt wieder Wirbel für Wirbel nach oben. Okay. Wer die Schuhe noch anhat, darf sie jetzt ausziehen. Wir kommen auf die Matte nach unten. Okay. Weiter geht's. Setzt euch aufrecht hin. Die Beine sind angestellt. Brustbein aufrecht. Die Schultern sind tief. Kommt mit rundem Rücken zurück. Zurück. Nur so weit, dass ihr ohne Schwung wieder nach oben kommt. Und nehmt die Arme nach oben. Richtet euch hier ganz gerade auf. Ganz geraden Rücken. Die Arme so weit wie möglich gestreckt. Nach hinten. Haltet die Position ganz bewusst. Und kommt erst dann wieder rund nach unten. wieder nach oben. Und wieder schön aufrichten. Jeder ist ein eigenes Tempo. Ihr etwas langsamer. Dafür kontrolliert mit Spannung. Immer ziehen. Das war's. Wir kommen noch zweimal tief. 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 Okay, und lösen. Macht euch rund zwischen die Beine, nehmt das Kinn zur Brust. Okay. Okay. Die Beine lassen wir angestellt. Die Ausgangsposition sieht so aus. Oberkörper leicht nach hinten geneigt. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Beckenboden ist fest. Und jetzt zieht abwechselnd einen Ellbogen Richtung Boden. Bogenspannen heißt die Übung. Stellt euch vor, ihr habt einen ganz stark gespannten Bogen, den ihr nach hinten ziehen müsst. Mit voller Kraft. Ausatmen, zurück. Einatmen, wieder vor. Entscheidet selber, wie weit ihr mit dem Oberkörper zurückgeht. Gut. Je weiter ihr aufrecht seid, trainiert ihr noch den Rücken, dafür ist Bauch weniger dabei. Je weiter ihr tief geht, desto mehr ist euer Bauch auch mitgefragt. Ausatmen, zurück, einatmen, wieder vor. Die letzten vier, noch drei, noch zwei und letztes Mal. Legt euch zurück auf den Rücken, zieht eure Knie ran und schaukelt ganz locker von rechts nach links. Okay, wir halten die Beine im 90 Grad Winkel, haben unsere Hände an der Seite, Handflächen nach oben. Und zieht euch abwechselnd einmal links und einmal rechts nach vorne. Arbeitet auch hier mit eurer Atmung. Ausatmen, nach vorne, einatmen, zurück. Und hier, noch zwei, noch zwei, noch zwei. Aber das war's. Und hier, noch zwei, noch drei... ...Itsen, also zwei, noch zwei, noch zwei, noch drei... ...züatmen. Beckenboden ist fest Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule Jede Seite noch zweimal Okay, und wir lösen Zieh die Knie nochmal ran Und lass die Knie mal ganz locker im Uhrzeigersinn kreisen Wechsel die Richtung Okay Haltet euch in einem Knie Kommt nach oben ins Sitzen Und wir drehen uns um und kommen in den Vierfüßlerstand Die Hände sind unter den Schultern Die Knie unter der Hüfte Wir starten mit dem Katzenbuckel Und kommen über die neutrale Position In die Wasserrutsche Einmal Katzenbuckel Zur Wasserrutsche Nehmt eure Hals- und Lendenwirbelsäule mit So dass jeder Wirbel bewegt wird Okay Wir halten in der neutralen Position Strecken unseren rechten Arm und das linke Bein Lang aus Zieht euch erstmal ganz bewusst in die Länge Von der Fingerspitzen bis zu den Fußspitzen Geraden Rücken Und dann kommt mit Spannung Mit dem Ellbogen und dem Knie Unter eurem Körper zusammen Macht den Rücken rund Und werdet dann wieder lang Atmet aus Macht euch rund Atmet ein in die Länge Ganz bewusste Bewegung Noch zweimal die Seite Ausatmen Und wieder einatmen Okay Lösen Und wir wechseln die Seite Streckt euren linken Arm Und das rechte Bein Erstmal wieder ganz bewusst lang machen Und dann kommen wir wieder mit Spannung Zusammen Macht euch rund und klein Und wieder lang machen Atmet aus Macht euch klein Atmet ein in die Länge Okay Auch auf dieser Seite die letzten zwei Mal. Okay. Und lösen. Setz dich nach hinten auf die Fersen, mach die Knie etwas breiter, nehm die Arme weit nach vorne und bring die Stirn Richtung Matte. Langen Rücken. Okay. Dann komm nochmal in den Vierfüßlerstand. Wir drehen uns mit der rechten Seite auf und nehmen die Hand ein kleines Stück unterm Körper durch. Dreht euch auf. Nehmt den Arm unterm Körper durch. Im Wechsel. Aufdrehen, tief einatmen und Arm unten durchschieben. Schiebt den Arm immer ein Stück weiter unter eurem Körper durch. Ziel ist es, den ganzen Arm und die Schulter auf dem Boden abzulegen. Die letzten Vier. Noch Drei. Noch Zwei. Und letztes Mal. Schiebt euren Arm durch, bringt die Schulter und den Kopf auf den Boden und bleibt kurz in dieser Position. Okay, wir lösen wieder nach oben und wechseln die Seite. Öffnen. Und den Arm unten durchschieben. Startet wieder mit kleinen Bewegungen und werdet immer größer. Und werdet immer größer. Tief einatmen mit der Öffnung und mit der Ausatmen. Noch Vier. Noch Drei. Noch Zwei. Okay, letztes Mal. Öffnen. Schiebt den Arm ganz unten durch. Legt ihn am Boden ab. Schulter und Kopf ebenfalls. Und haltet die Position kurz. Und dann. Okay, wir lösen wieder und legen uns dann noch auf den Bauch. Nimm die Arme in die U-Halte. Handflächen zeigen zueinander. Daumen zur Decke. Blick ist auf die Matte gerichtet. Wir heben unseren Oberkörper mit den Armen und den Beinen ein Stück an und lösen wieder. Anheben und lösen. Po ist fest angespannt. Es reicht eine kleine Bewegung. Arbeitet mit Kraft und Spannung. Ohne Schwung. Achtet darauf, dass die Ellbogen immer tiefer sind wie eure Hände. Okay, zusammen noch. Die letzten. Vier. Noch drei. Noch zwei. Letztes Mal. Okay, lösen. Schaukelt euer Becken ganz locker von rechts nach links. Okay, eine letzte Übung. Habt die Beine angespannt, gestreckt vom Boden weg. Mit den Armen machen wir zwei große Halbkreise. Blick ist auf die Matte gerichtet. Handflächen kurz über dem Boden. Wie so ein großer, umgekehrter Schneeengel. Mit Spannung. Zieh tief. Lange Bewegung aus der Schulter raus. Po bleibt angespannt. Okay, werdet ein bisschen schneller. Mit Spannung. Häpp. 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 Und zieh. 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 Dran bleiben. Die letzten. Noch vier. Noch drei. Noch zwei. Und letztes Mal. Okay. Schaukelt euer Becken nochmal von rechts nach links. Ganz locker. Zum Abschluss dehnen wir uns noch ein kleines bisschen. Kommt auf den Rücken zum Liegen. Und streckt euch erstmal ganz lang. Von den Fingerspitzen bis zu den Fußspitzen. Räkelt euch richtig in die Länge. Einmal rechts, einmal links. Atmet tief ein und aus. Und dann nehmt euer rechtes Bein gebeugt zum Oberkörper ran. Zieht es mit beiden Händen fest ran. Und dann dreht euch mit dem angewinkelten Bein auf die gegenüberliegende Seite. Arm gestreckt am Boden entlang. Und atmet tief in die seitliche Dehnung ein. Und wieder ausatmen. Kommt zurück zur Mitte. Stell euer linkes Bein an. Nehmt das rechte Gestreck zur Decke nach oben. Zieht die Fußspitze an. Die Ferse schiebt zur Decke. Okay, dann löst das Bein. Wechselt die Seite. Rechtes Bein gestreckt am Boden. Nehmt das linke Gebeug zum Oberkörper. Dann dreht euch mit dem linken angewinkelten Bein auf die rechte Seite. Linke Arme entgegengesetzt. Und atmet auch hier tief in die seitliche Dehnung ein. Und wieder ausatmen. Kommt zurück zur Mitte. Stellt euer rechtes Bein an. Nehmt das linke Gestreck zur Decke. Zieht auch hier die Fußspitzen an. Ferse schiebt zur Decke. Lange Beinrückseite. Okay, dann löst. Haltet euch am Knie. Haltet euch am Knie. Kommt nach oben. Und über die Seite stehen wir auf. Wir atmen zum Abschluss. Nochmal tief ein. Und ausatmen. Tief ein. Aus. Und nochmal tief ein. Und ausatmen. Ich danke euch für euer Mitmachen und freue mich, wenn es euch Spaß gemacht hat.